Seit 2018 kann es sein, dass ihr jedes Jahr auf euren ETF Steuern zahlen müsst, obwohl ihr gar keine Anteile verkauft habt und auch keine Ausschüttungen bekommen habt. Heute zeigen wir euch in diesem Video in 8 Schritten, wie ihr feststellt, ob und wie viel Steuern ihr auf euren ETF bezahlen müsst und wie ihr das am besten zumindest teilweise vermeidet. Und zum Schluss noch ein Tipp, ob zum Steuern sparen eher ein thesaurierender oder ein ausschüttender ETF besser geeignet ist. Ich bin Saidi von Finanztip und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Dieses Video ist der vierte Teil unserer Serie zum richtigen Umgang mit ETFs. Oben verlinken wir euch die Playlist zu den anderen Teilen der Serie. 2018 wurde die Besteuerung von Investmentfonds und damit von ETFs neu geregelt. In diesem Video gehen wir nur auf die neuen Besteuerungsregeln ein und zwar die für unsere Empfehlung gelten, also auf Aktien ETFs und nicht die Regeln für andere Investmentfonds oder andere Geldanlagen. Vorab mal ein Überblick. 1. Die neue Besteuerung macht vieles einfacher, weil nämlich alle Fonds annähernd gleich besteuert werden und weil die Steuer automatisch ans Finanzamt abgeführt wird. 2. Die neue sogenannte Vorabpauschale sorgt dafür, dass eure Gewinne laufend vorsteuert werden, aber nur zu einem niedrigen Anteil. 3. Der größte Batzen an Steuer fällt nach wie vor an, wenn ihr mit Gewinn verkauft und um das zu verhindern, solltet ihr nach wie vor euren Sparerpauschbetrag einsetzen. Wie macht ihr das am besten? Gewinne aus ETFs sind wie alle anderen Kapitalerträge steuerpflichtig. Für sie gilt zunächst der sogenannte Sparerpauschbetrag. Das sind 801 Euro für Singles und 1602 Euro für Verhärtete. Bis zu diesen 801 Euro bzw. 1602 Euro sind Zinsen, Ausschüttungen und Gewinne aus Verkäufen steuerfrei und zwar pro Kalenderjahr. Euren Sparerpauschbetrag solltet ihr per Freistellungsauftrag auf eure diversen Banken verteilen. Legt euch dazu am besten eine kleine Tabelle an, damit ihr immer im Überblick habt, wo ihr jetzt wie viel welcher Bank zugeteilt habt. Den großen Teil eures Sparerpauschbetrags solltet ihr wahrscheinlich eurem ETF-Depot zuweisen, weil da fallen zumindest potenziell die höchsten Erträge an. Übrigens mal, wenn ihr trotzdem mal Steuern zahlt, ärgert euch nicht. Denn Steuern zahlen heißt gleichzeitig Gewinn gemacht haben, sprich lieber Steuern zahlen als Verluste machen. Schritt 2 geht dann ganz automatisch, da müsst ihr gar nichts machen. Wenn euer ETF eine Ausschüttung vornimmt, also Dividenden ausschüttet, dann zieht euer Depotanbieter automatisch von der Ausschüttung die Steuer ab und führt sie ans Finanzamt ab, sofern natürlich euer Freistellungsauftrag schon ausgeschöpft ist. Diese Steuer ist die Abgeltungssteuer in Höhe von 25% plus Soli, zusammen dann also 26,375%. Und falls ihr in der Kirche seid, kommt Kirchensteuer noch oben drauf. Die Abgeltungssteuer heißt übrigens so, weil damit die Steuer eben abgegolten ist. Ihr müsst die Kapitalerträge dann nicht mehr in eurer Steuererklärung angeben. Aber falls euer Grenzsteuersatz unterhalb von 25% liegt, dann solltet ihr das machen, dann bekommt ihr nämlich über die Steuererklärung was zurück. Im dritten Schritt stellt sich die Frage, ob euer ETF in dem jeweiligen Jahr gestiegen oder gefallen ist. Vergleicht deshalb in eurem Depot, ob der Wert eurer Fondsanteile vom 1. Januar bis zum 1. Januar des Folgejahres mehr oder weniger geworden ist. Wenn weniger, dann hat sich das Thema Steuer für dieses Jahr erledigt. Bedeutet dann, wenn ihr einen thesaurierenden ETF habt, also einen ohne Ausschüttungen und der ist gefallen, dann zahlt ihr in diesem Jahr natürlich keine Steuern. Merke, Steuern werden immer nur auf Gewinne gezahlt. In Schritt 4 wird es ein bisschen kompliziert. Wir berechnen die jährliche Vorabpauschale, die eben 2018 neu eingeführt worden ist. Die Vorabpauschale ist eine Art fiktiver Mindestertrag, auf den ihr jährlich Steuern zahlt. Und nochmal die Entwarnung, die Vorabpauschale ist ziemlich niedrig. Das heißt, es reicht in aller Regel ein kleiner Teil eures Freistellungsauftrags, um die aus der Vorabpauschale berechnete Abgeltungssteuer abzudecken und abzufangen. Fangen wir mit einem thesaurierenden ETF an, also keine Ausschüttungen. Sagen wir, euer ETF war am 1. Januar 2018 genau 10.000 Euro wert. Dann wird ein sogenannter Basiszins angesetzt, den die Bundesbank immer am Jahresanfang festsetzt. Für 2018 hat der 0,87% betragen und für 2019 übrigens 0,52%, also ziemlich wenig derzeit. Für 2018 sieht die Rechnung dann wie folgt aus. 10.000 Euro, also der Wert am Jahresanfang, mal 0,87% Basiszins, mal 0,7. Macht 60,90 Euro vor Abpauschale. Dieser Faktor 0,7, der ist einfach fix, den müsst ihr euch einfach merken. Jetzt müssen wir diese 60,90 Euro mit der Wertsteigerung eures ETFs vergleichen. Sagen wir, euer ETF ist bis zum 01.01.2019 um 5% gestiegen, also auf 10.500 Euro. 500 Euro Wertsteigerung. Und diese 500 Euro sind mehr als die 60,90 Euro vor Abpauschale. Und deswegen werden Gott sei Dank nur die 60,90 Euro versteuert. Die gelten jetzt als Grundlage für die Steuer. Umgekehrter Fall, wenn die Wertsteigerung jetzt nicht 500 Euro, sondern nur 50 Euro betragen hätte, dann würden statt den 60,90 Euro nur die 50 Euro als Berechnungsgrundlage für die Steuer angesetzt werden. So, das war es jetzt schon für einen thesaurierenden ETF. Jetzt kommen wir zu einem Ausschütter. Ob ein Thesaurierer oder ein Ausschütter für euch steuerlich besser geeignet ist, das erfahrt ihr, wie gesagt, am Ende des Videos. Bei einem Ausschütter werden die Dividenden immer gleich versteuert, egal ob der Kurs jetzt gestiegen oder gefallen ist. Und deshalb müssen wir diese Ausschüttungen gegen die Vorabpauschale rechnen. Beispiel. Sagen wir zusätzlich zu den 500 Euro Kursgewinn von vorhin, hättet ihr noch 100 Euro an Ausschüttungen kassiert. Die 100 Euro Ausschüttungen sind mehr als die 60,90 Euro vor Abpauschale. Bedeutet dann, keine weiteren Steuern, weil die 100 Euro an Ausschüttungen habt ihr ja dann bereits versteuert. Wenn ihr jetzt weniger als die 60,90 Euro Ausschüttungen kassiert, dann müsst ihr nur die Differenz versteuern. Aus den Vorabpauschalen ergibt sich dann die Abgeltungssteuer. Und die berechnen wir jetzt in Schritt 7. Dabei gleich mal eine gute Nachricht. Bei Aktienfonds und Aktien-ETFs sind immer 30 Prozent aller Erträge steuerfrei. Das heißt, ihr müsst immer nur 70 Prozent versteuern, und zwar von allen Ausschüttungen und Dividenden, von allen Gewinnen bei Verkauf und von allen Vorabpauschalen. Also in unserem Beispiel von vorher. 60,90 Euro vor Abpauschale, mal 70 Prozent, die nur zu versteuern sind, mal 26,375 Prozent Abgeltungssteuer inklusive Soli. Macht 11,24 Euro an Steuern. Wie ihr seht, also ziemlich wenig. Diese 11,24 Euro Steuer, die solltet ihr in aller Regel über euren Freistellungsauftrag abfangen können. Im letzten Schritt geht es dann darum, dass ihr auf eurem Verrechnungskonto genug Geld habt, für den Fall, dass euer Freistellungsauftrag schon ausgeschöpft ist. Wie viel da noch übrig ist, das könnt ihr immer online in eurem Depot nachschauen. Euer Depotanbieter würde die, in unserem Beispiel 11,24 Euro Abgeltungssteuer, direkt ans Finanzamt, meistens von eurem Verrechnungskonto abführen. Und deshalb solltet ihr die ganze Rechnung, die wir vorhin gemacht haben, zumindest überschlagsweise kennen, damit ihr das abschätzen könnt. Und eben genug Geld aufs Verrechnungskonto tun könnt, für die Steuer. Viel wird das ja meistens nicht sein. Jetzt kommen wir zu unserem Tipp, ob ihr aufgrund der Steuer eher einen thesaurierenden oder einen ausschüttenden ETF nehmen solltet. Denn anteilig werden beide Arten von ETFs ja gleich besteuert. Für den Vermögensaufbau und damit für die Altersvorsorge haben thesaurierende ETFs weiterhin den Vorteil, dass über all die Jahre, die ihr den ETF habt, keine beziehungsweise sehr wenig Steuer anfällt, weil die Vorabpauschalen, wie wir gerade gesehen haben, ja sehr niedrig sind. Der größte Batzen an Steuer, der fällt hinten raus beim Verkauf an. Wobei auch da eben 30% steuerfrei sind. Und außerdem werden alle Vorabpauschalen von all den Jahren vorher angerechnet. Dass nur wenig Steuer laufend anfällt und der größte Batzen eben hinten raus beim Verkauf, das nennt man Steuerstundung. Und das ist eben positiv für den Zinseszinseffekt. Es bleibt schlichtweg mehr Geld im ETF, das für euch arbeiten kann. Dagegen hat ein Ausschütter das Problem, dass alle Dividenden, alle Ausschüttungen eben sofort versteuert werden. Zwar nur zu 70%. Und deswegen ist ein thesaurierender ETF prinzipiell immer noch geeigneter für den Vermögensaufbau. Und jetzt kommt aber der Steuerspartipp. Durch eine geschickte Kombination von ausschüttendem ETF und Sparerpauschbetrag bzw. Freistellungsauftrag. Denn solange nämlich die Ausschüttungen unterhalb eures Freistellungsauftrags bleiben, kassiert ihr die ja steuerfrei. Das heißt, dann ist ein ausschüttender ETF tatsächlich besser geeignet für den Vermögensaufbau. Warum? Ihr kassiert eben diese Ausschüttungen innerhalb des Freistellungsauftrags steuerfrei und dann legt ihr sie wieder an. Und bei Verkauf ganz hinten raus sind die dann eben auch steuerfrei, weil sie ja eben bei Ausschüttung schon versteuert worden sind. Habt ihr dagegen einen thesaurierenden ETF und gleichzeitig einen Großteil von euren 801 Euro Sparerpauschbetrag noch übrig, dann verschwendet ihr diesen Freistellungsauftrag praktisch. Warum? Weil ihr ja jedes Jahr bei einem thesaurierenden ETF nur einen kleinen Teil von diesen 801 Euro ausnutzt, weil die Vorabpauschalen eben in aller Regel so niedrig sind. Mit einem ausschüttenden ETF, dann nutzt ihr die 801 Euro viel besser aus. Und das allerbeste? Bei einigen Depots gibt es die Funktion, die Ausschüttungen bei Sparplänen automatisch wieder anlegen zu lassen. Und das auch noch kostenlos. Deswegen schaut mal in eurem Depot, ob es da so eine Funktion gibt. Damit macht ihr praktisch aus einem ausschüttenden ETF einen steueroptimierten thesaurierer. Kostenlos oder zumindest kostengünstig, das ist an der Stelle total wichtig, denn sonst fressen die Kosten den Steuervorteil gleich wieder auf. Jetzt die Frage, bis zu welchem Anlagebetrag lohnt es sich denn, einen ausschüttenden ETF statt einem thesaurierenden zu nehmen? Die Frage ist nicht ganz leicht zu beantworten. Das hängt vor allen Dingen davon ab, wie viel Freistellungsauftrag ihr auf euer ETF-Depot setzen könnt und wie viel an Ausschüttungen ihr von eurem ETF kassiert. Aber nehmen wir mal an, ihr könnt 700 Euro von euren 801 Euro Sparpauschbetrag aufs Depot setzen. Und ihr bekommt von eurem ETF pro Jahr 3% an Ausschüttungen. Das ist so ein langfristiger Mittelwert, aber der kann schon gehörig schwanken. Dann würde das bedeuten, dass ihr ganz grob bis zu 20.000 Euro eher in einem ausschüttenden ETF anlegen solltet. Da ist noch Puffer eingerechnet. Und außerdem gehen wir davon aus, dass die 700 Euro Freistellungsauftrag auch alle jährlichen Verabpauschalen abdecken. Bis zu den 20.000 Euro also ein Ausschütter und darüber hinaus könntet ihr dann den Ausschütter stehen lassen und stattdessen darüber hinaus auf einen thesaurierer setzen. Der Tipp mit dem steueroptimierten Ausschütter ist also vor allem für diejenigen unter euch geeignet, die mehr oder weniger gerade erst mit einem ETF-Sparplan anfangen. Und die sollten dann eben auch ein Depot nehmen, das diese kostenlose und automatische Wiederanlage anbietet. Hier nochmal alle Schritte im Überblick. Erstens, denkt an euren Freistellungsauftrag. Zweitens, Ausschüttungen werden automatisch versteuert. Drittens, bei Kursverlusten zahlt ihr keine weiteren Steuern. Viertens, die Vorabpauschale wird mit einem Basiszins und Faktor 0,7 berechnet. Fünftens, die Vorabpauschale gilt, wenn die Wertsteigerung größer war. Sechstens, Ausschüttungen werden gegen die Vorabpauschale gerechnet. Siebtens, Erträge bei Aktien-ETFs sind zu 30% steuerfrei. Und achtens, checkt, ob ihr ein bisschen Geld auf eurem Verrechnungskonto braucht. Und der Sondertipp, besonders für ETF-Einsteiger lohnt sich ein ausschüttender ETF mit automatischer und kostenloser Wiederanlage im Depot. Wenn euch dieses Video und unsere ganze Serie zum richtigen Umgang mit ETFs gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt. Und schreibt uns bei den YouTube-Kommentaren, ob unser Überblick zu Steuern auf ETFs euch geholfen hat oder nicht. Wir bei Finanztipp möchten, dass ihr die richtigen Finanzentscheidungen trefft, dass ihr keine Fehler macht und damit eine Menge Geld spart. Wir arbeiten ausschließlich im Interesse der Verbraucher und werden euch deshalb immer nur die Tipps zu Steuern auf ETFs geben, die wir selbst beherzigen würden. Mit unserem wöchentlichen Newsletter kriegt ihr nicht nur unser aktuelles Video der Woche mit, sondern auch jede Menge anderer Tipps rund um eure Finanzen und wie ihr eine Menge Geld sparen könnt. Deshalb klickt mal auf das Finanztipp-Logo und meldet euch zu unserem Newsletter an. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuschauen und bis bald.